Shalom und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Michelin und im heutigen Video wollen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, warum lässt Gott all dieses Leid in der Welt zu? Dies ist eine oft gestellte Frage, sowohl von Menschen, die schon im Glauben wandeln, als auch von Menschen, die noch nicht zum Glauben an Gott gefunden haben oder sich bewusst dagegen entschieden haben. Und oftmals wird die Frage gestellt, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, der vermeintlich so liebevoll ist und die Menschen liebt, warum gibt es dann so viel Leid und Krieg auf der Welt? Warum sterben so viele Kinder? Warum sterben so viele unschuldige Menschen? Warum gibt es so viel Armut? Warum gibt es so viele Krankheiten? Warum herrschen all diese Dinge, wenn es doch vermeintlich angeblich einen allmächtigen Gott gibt, der all dieses per Knopfdruck quasi beenden könnte, wenn er es nur wollte? Entweder es gibt diesen Gott gar nicht, wird gerne behauptet, oder dieser Gott ist boshaft und er hat Freude daran, die Menschen hier zu quälen. Und deswegen entscheiden Menschen mitunter und sagen, einen solchen Gott möchte ich nicht nachfolgen, wenn es ihn denn gibt. Oder halt, wie bereits erwähnt, diesen Gott gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil sonst würde er diese Dinge gar nicht zulassen. Mit dieser Frage wollen wir uns heute etwas näher auseinandersetzen, weil ich glaube, dass das oftmals auch ein Hindernis für Menschen sein kann, Gott näher zu kommen. Diese Frage lässt sich biblisch beantworten. Es gibt Gründe dafür und diese werden wir uns heute anschauen. Wenn wir dieses Thema wirklich besser verstehen wollen, ist es wichtig, dass wir einige Grundkonzepte aus dem biblischen Verständnis uns hier anschauen. Und wir dürfen auch nicht Gefahr laufen, dass wir anfangen, unsere menschlichen Moralvorstellungen und Werte, oftmals geprägt durch die moderne Kultur, in der wir hier leben, Wir dürfen nicht Gefahr laufen, dass wir das als Maßstab nehmen, um das in Vergleich zu setzen von den Dingen, die Gott uns gegeben hat, woran wir uns halten sollen. Gott ist nicht kulturell angepasst. Gott sagt in seinem Wort, er ändert sich nicht. Und wenn wir uns mal die kulturellen Errungenschaften hier so anschauen und die Früchte, die wir in der Welt hier sehen, müssen wir sagen, dass nur weil etwas neu oder modern ist, muss es deswegen nicht unbedingt besser sein, als die Dinge von früher. Oder als die althergebrachten Dinge. Wir sehen zum Beispiel hier in Deutschland, dass es keine stabilen Familienstrukturen mehr gibt. Das hat viel damit zu tun, dass neue Lebensentwürfe und neue Ideen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens nach und nach hier in die Kultur mit eingesickert sind, die halt dazu geführt haben, dass wir hier keine stabilen gesellschaftlichen Verhältnisse mehr aufweisen können. Das Rentensystem steht vor dem Kollaps, weil zu wenig Kinder geboren werden, die dann noch die Renten der nachfolgenden älteren Generation tragen könnten. Dadurch ist auch die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen und so weiter. Ich bin in einem anderen Video schon mal ein bisschen genauer auf diese Thematik kurz eingegangen. Darum sei es jetzt hier nur mal kurz erwähnt. Also nur weil wir vielleicht andere Moralvorstellungen gelernt haben oder weil vielleicht die Gesellschaft, in der wir leben, gewisse Dinge für gut empfindet oder empfiehlt, heißt es nicht, dass das konform gehen muss mit dem, was Gott gesagt hat. Und man kann jetzt vielleicht geteilter Meinung sein, was einem mehr zusagt. Das steht jedem offen. Nur in diesem Video versuche ich ja herauszuarbeiten, warum wir diese Zustände in der Welt haben, obwohl es einen allmächtigen Gott gibt, der die Menschen liebt und der möchte, dass die Menschen geheilt werden. Und wo der Ausweg für einen jenen Einzelnen darin liegen könnte, zu diesem Heil auch zu gelangen. Im Eingangsstatement war eine der Sachen, die oft gesagt werden, warum lässt Gott es zu, dass so viele unschuldige Menschen sterben? Die haben doch niemandem etwas getan, die haben doch nichts gemacht. Und ja, es ist schlimm, wenn Terroranschläge passieren oder schwere Unfälle stattfinden, Naturkatastrophen und ähnliches, Kriegsszenarien und dort Kinder oder auch Erwachsene, Männer und Frauen und andere dort zum Schaden kommen. Nur was wir verstehen müssen, ist folgendes. Aus Gottes Sicht ist kein Mensch, sei es ein neugeborenes Baby, von sich aus erstmal per se unschuldig. Und das wollen wir uns jetzt hier mal anschauen. Alle Menschen, die heute leben und bisher gelebt haben, sind Nachkommen der ersten Menschen, Adam und Eva. Aus Adam heraus sind die ganzen Nationen, die wir heute sehen, letztendlich hervorgegangen. Das heißt, Adam ist unser Vater sozusagen und wir müssen daran denken, oder unser Vorfahre, und wir müssen bedenken, dass Adam gefallen ist, dass Adam gesündigt hat. Eva hat gesündigt und Adam hat auch gesündigt. Und diese Sünde ist dadurch in die Welt gekommen und ein jeglicher, der nach Adam geboren wurde, trägt diese sündhafte Natur in sich. Das müssen wir erstmal verstehen. Der Mensch braucht Erlösung schon von Geburt an. Dazu lesen wir jetzt mal den Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Also der Apostel Paulus sagt uns hier, dass alle Menschen sterben und zwar deshalb, weil durch Adam die Sünde in die Welt kam. Und diese Sünde ist auf jeden Menschen erstmal gelegt. Darum, wir sehen es, jeder Mensch muss sterben, jeder Mensch stirbt und es liegt daran, dass wir alle gesündigt haben. Wenn wir nicht gesündigt hätten, müssten wir nicht sterben. Und darum brauchen wir die Erlösung in die Schuermaschiach, weil er kann uns von diesen Sünden reinwaschen. Und er hat uns eine Verheißung gegeben, dass ein ewiges Leben auf uns wartet in einem erneuerten Leib und dass dieser sterbliche Leib hier, den wir momentan hier bewohnen, eine vorübergehende Sache ist. Im Psalm 51, Vers 6-7 lesen wir, An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das ist, was ich vorhin meinte. Das heißt, selbst schon das neu geborene Baby ist in Gottes Augen schon nicht frei von Sünde. Schon das Kind braucht die Erlösung durch die Schuermaschiach. Wir lesen uns dazu jetzt nochmal den Psalm 14 durch. Psalm 14, Vers 1-3 Dem Vorsänger von David, der nachspricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Mit diesen Versen, die wir jetzt hier gelesen haben, wollte ich jetzt untermauern, dass aus Gottes Sicht oder aus dem biblischen Verständnis, wenn man so möchte, gibt es so etwas wie einen unschuldigen Menschen nicht. Von Geburt an, dadurch, dass die Sünde über Adam auf alle Menschen übergegangen ist, sind wir schon in diesem gefallenen, sündhaften Zustand. Wir hätten gar nicht die Chance zu sagen, okay, wir von klein auf, wir werden einfach niemals sündigen. Wir werden einfach niemals etwas tun und dadurch können wir selber vor Gott gerecht sein. Das ist absolut unmöglich, weil der Leib, in dem wir haben, die fleischliche Natur, die in uns wirkt, wird uns dazu bringen, zu sündigen. Wir bedenken schon, ein schlechter Gedanke ist aus Gottes Sicht schon eine Sünde, die einer Sündung bedarf. Also A, es ist auch gar nicht möglich, völlig sündfrei zu sein. Und darum braucht ein jeglicher Mensch zur Erlösung das Blut Jeschua Maschias und die Nachfolge in ihm. Das ist Punkt Nummer 1. Das heißt, dieses Konzept eines unschuldigen Menschen gibt es aus Gottes Sicht insofern nicht. Was nicht heißt, dass Gott ein Wohlgefallen hat, wenn Kinder sterben oder Kindern Schaden zugefügt wird oder Frauen oder auch Männer in irgendeiner Form gewaltsam dort zu Schaden gebracht werden. Gott warnt davor in seinen Geboten. Das ist heute jetzt nicht das Hauptthema hier. Und auch Jeschua sagt, es ist besser, dass jemand einen Mühlstein um seinen Hals hängt und ins Meer springt, als dass er irgendeinem Kind in irgendeiner Form Schaden zufügt. Also es ist nicht so, dass Gott Menschen nicht entsprechend auch bestrafen wird, zu dem Zeitpunkt des Gerichts, aber darauf kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Also ja, die Menschen sind nicht unschuldig. Jeder bedarf der Gnade und der Vergebung der Sünden in Jeschua Maschias. Das wiederum ist aber kein Freifahrtschein dafür, dass Menschen jetzt rausgehen und anderen Menschen Schaden zufügen in irgendeiner Form. Sei es körperlich, sei es finanziell oder jegliche andere Art. Es ist absolut verboten, Gewalt gegen andere Menschen anzuwenden. Was nicht heißt, dass man sich nicht verteidigen darf im Fall dessen, dass man angegriffen wird. Das ist eine andere Geschichte. Aber man selber ist nicht, wir haben keine Erlaubnis dazu, rauszugehen und irgendjemanden, unaufgefordert oder unprovoziert oder wie auch immer, in irgendeiner Weise zu schädigen. Soviel erstmal dazu. Die nächste Sache ist, Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Das bedeutet, ein jeglicher Mensch hat die freie Entscheidung für sich zu sagen, er möchte Gott nachfolgen, er möchte seine Gebote halten, er möchte die Gnade in Jeschua annehmen oder auch nicht. Ein jeglicher Mensch kann frei entscheiden, Gutes zu tun, gerecht zu wandeln oder Böses zu tun und ungerecht zu wandeln. Und das müssen wir erstmal verstehen. Wir sind keine Roboter. Weil jetzt könnten wir sagen, okay, warum lässt Gott das denn zu, dass ein Diktator dies oder jenes macht oder dass jemand einen Anschlag verübt, wo viele Menschen zu Schaden kommen oder dass jemand einen Raubüberfall begeht oder dass jemand einen anderen Menschen ermordet. Warum unterbricht Gott das jetzt nicht? A. Jeder hat erstmal einen freien Willen. Auch der Mörder, wenn man so möchte, kann sich frei dafür entscheiden, eine solch schlimme Tat zu begehen. Er wird dafür zur Verantwortung gezogen werden. Aber es kann sein, dass er für die Zeit hier, wo er hier auf Erden wandelt, dass dieses Gericht nicht sofort sichtbar ist. Und das hat auch einen einfachen Grund. Wenn wir uns mal überlegen, es wäre zum Beispiel so, dass so wie jemand irgendeine Sünde begeht, je nach Schwere der Sünde, ist sofort die Bestrafung da. Das heißt, jemand ergreift von mir aus das Messer oder eine Pistole, um gegen einen Menschen das zu richten. Und während er schon zur Waffe greift, fällt er tot um, als Beispiel. Das würde zur Folge haben, oder jemand möchte etwas klauen, er greift zum Gegenstand, den er klauen möchte, oder er greift zum Geld, was er klauen möchte. Und während er das Geld, während er es schon ausstreckt, ist die doppelte Summe schon von seinem Konto abgezogen. Oder sofort, wie, was weiß ich, kann er sich nicht mehr bewegen, ein Alarm geht los und die Polizei kommt, die Person wird verhaftet oder was auch immer. Nur mal so als Beispiel. Wenn das der Fall wäre, das würden sich die Menschen vielleicht eine gewisse Zeit lang anschauen, aber schon nach sehr, sehr kurzer Zeit würde gar kein Mensch mehr irgendetwas tun, was gegen Gottes Gebote geht. Aber nicht, weil die Menschen sich frei entschieden hätten, das nicht zu tun, sondern weil sie Angst vor den Konsequenzen haben. Das heißt, die freie Willensentscheidung wäre somit völlig außer Kraft gesetzt. Das ist ungefähr so, als wenn jemand mir eine Pistole an den Kopf fällt und sagt, entweder du tust jetzt dieses oder jenes, oder ich erschieße dich. Bis zu einem gewissen Grad, wenn wir in so eine Zwangslage kommen, sollen wir natürlich versuchen, unser Leben dort zu bewahren. Wenn so eine Person von uns verlangen würde, Gott zu verleugnen oder andere Götzen anzubeten wiederum, wäre das ein echter Glaubenstest, weil dann müssten wir sagen, selbst wenn es unseren Tod bedeutet, das werden wir nicht tun. Auch das ist jetzt nicht Thema dieses Videos, ist es nur ein Beispiel. Sprich, da Gott nicht mit dieser Art von Zwangmitteln arbeitet, dass die Strafe sofort folgt, deswegen lässt er gewisse Dinge zu, damit der freie Wille nicht außer Kraft gesetzt wird, wenn man so möchte. Darüber hinaus kann es auch sein, dass jemand etwas Gutes tut, aber die Belohnung kommt nicht sofort, damit auch dort der freie Wille nicht außer Kraft gesetzt wird. Gesetz im Fall, jemand sieht einen armen Menschen irgendwo, oder jemand möchte Geld investieren für etwas, was, ich sag mal, im Gottes Sinn ist, im weitesten Sinne, was auch immer das sein mag. Und während er schon den Schein aus seinem Portemonnaie rausholt, kommt die doppelte Summe gleich rein in sein Portemonnaie. Oder wird auf seinem Bankkonto gutgeschrieben. Wenn das der Fall wäre, würden doch alle Menschen spenden wie die Weltmeister. Wir könnten vor lauter Spendengeldern, gäbe es hier wahrscheinlich nichts mehr, wo man sagt, da ist jetzt noch irgendeine finanzielle Not zumindest vorhanden. Und auch das wäre wiederum nicht aus einem freien Herzen, was geben will, sondern der Mensch würde denken, naja, während ich jetzt spende, kommt das Doppelte ja wieder rein. Das heißt, für den Menschen wäre es mehr ein Geschäft. Das hat nicht damit zu tun, dass er wirklich aus freien Herzen bereit wäre, etwas von seinem Hab und Gut herzugeben, damit es anderen besser geht. Oder um in das Reich Gottes zu investieren oder ähnliches. Darum gibt es keine sofortige Belohnung oder Bestrafung anhand der Taten, die wir tun, damit dieser freie Wille nicht außer Kraft gesetzt wird. Darüber hinaus lesen wir, dass Gott den Menschen die Erde übergeben hat, um sich die Erde untertan zu machen. Dort schauen wir uns das erste Buch Mose an, Kapitel 1, Vers 28. Das bedeutet, der Mensch hat Autorität oder Herrschaft über diese Erde hier bekommen. Das heißt, wenn der Mensch entscheidet, mit dieser Erde schlecht umzugehen, zum Beispiel, indem er Umweltverschmutzung betreibt, indem er gierig ist und Diebstahl ausführt oder andere Menschen bestiehlt oder beklaut, und die Masse der Menschen geht mit dem vielleicht sogar konform oder folgt dem nach, ein Beispiel wäre, was hier passiert ist unter Nazi-Deutschland, unter Hitler. Man muss schon sagen, dass ein Großteil der Bevölkerung Hitler ja auch nachgefolgt ist. Und selbst als der Krieg lief und auch die Verfolgung und Tötung der Juden im industriellen Ausmaße stattfand, gab es zwar Deutsche, die dagegen versucht haben vorzugehen, die versucht haben, Juden zu retten, aber ich denke, das war eher so die Minderheit innerhalb der Bevölkerung. Der größte Teil der Bevölkerung ging damit mehr oder weniger konform. Und auch heute ist es so, dass viele Dinge, die sich hier gesellschaftlich oder politisch entwickeln, oftmals geht es konform mit dem Willen des Volkes auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, auch dort ist der freie Wille durchaus gegeben. Wenn das Volk sich eine Herrschaft oder eine Leitung aussucht, dann lässt Gott das auch zu, weil es dem Willen des Volkes entsprach. Natürlich, die Konsequenzen dessen wird das Volk auch auf die eine oder andere Art und Weise dann wahrscheinlich tragen müssen. Zum Beispiel, wenn eine Regierung schlecht wirtschaftet oder verschwenderisch ist, entsprechend hat das Volk daraus auch entsprechende Nachteile zu durchleben. Aber erst mal sind diese breite Masse an Möglichkeiten, ist jetzt erst mal gegeben und ein jeglicher kann sich aussuchen, welchem Weg er dort folgen möchte. Darüber hinaus die Boshaftigkeit, die in der Welt ist. Gott lässt den Menschen, wie ich bereits schon erwähnt habe, die freie Wahl, sei es, dass er sich zum Guten oder zum Schlechten entscheidet. Wir werden uns dazu ein paar Verse durchlesen. Im Psalm 146 lesen wir in Vers 8 bis 9. Gottlos sind Menschen, die für sich entschieden haben, von Gott nichts wissen zu wollen, Gott nicht nachfolgen zu wollen und entgegen seinen Ratschüssen und Geboten ihr Leben auszurichten. Und wenn jemand diese Entscheidung trifft, Gott lässt es zu. Er lässt so jemanden diesen Weg gehen, wenn er das möchte. Natürlich, am Ende der Zeiten wird es ein Gericht geben, wo jeder sich vor Gott verantworten muss. Aber für den Moment hat jeder eine freie Wahl, sich für den einen oder anderen Weg zu entscheiden. In dem Buch der Sprüche lesen wir in Kapitel 19, Vers 3, die Torheit des Menschen verdirbt seinen Weg und dann zürnt sein Herz gegen den Herrn. Im Buch der Sprüche Kapitel 14, Vers 12 lesen wir, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. In Römer, Kapitel 6, Vers 23 lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jeschua Maschiach, unserem Herrn. Das waren jetzt mal ein paar Verse, um zu verdeutlichen, dass der Mensch sich seine eigenen Wege aussucht. Er hat die Option, Gottes Gebote zu befolgen, danach zu leben, Gottes Gnadengaben anzunehmen. Er hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich wähle mir meine eigenen Wege. Und oftmals sind das Dinge, die für den Moment vielleicht gut erscheinen in den Augen des Menschen, aber zum Ende werden sie zum Tod führen. Beispiel wäre Menschen, die zum Beispiel anfangen, Drogen zu konsumieren, insbesondere harte Drogen, wobei auch die sogenannten weichen Drogen oftmals ein Einstieg sind, der dann später dazu führt, dass der Mensch auch diese härteren Drogen zu sich nimmt. Für den Moment mag es vielleicht spannend oder aufregend oder wie auch immer erscheinen, für manch einen zumindest, sich eine Heroinspritze zu setzen und sich diese Drogen dort zu indizieren. Aber wir wissen, wie es für viele, die diesen Weg gewählt haben, später endet. Im Mindestenfalle sind sie finanziell und wirtschaftlich sowieso völlig am Ende. Sie sind ja nicht in der Lage, irgendwie zu arbeiten oder sich in irgendeiner Form voranzukommen im Leben, weil alles Geld, was sie zur Verfügung haben, müssen sie in ihre Drogen hinein investieren. Darüber hinaus kommt, dass sie einen großen gesundheitlichen Verfall, das meistens zur Folge hat, bis hin, dass Menschen auch nach jahrelangem Drogenkonsum irgendwann sterben. Sei es an einer Überdosis Drogen oder einfach, weil der Körper diese ständige Belastung durch diese Drogen nicht mehr länger standhalten kann und die Personen dann früher oder später einfach frühzeitig sterben. Das ist ein Beispiel. Es gibt natürlich viele weitere Beispiele. Vielleicht entscheidet jemand, es ist eine gute Idee, ins Casino zu gehen, um dort sein Hab und Gut auf eine Roulette-Kugel zu setzen oder auf irgendwas Ähnliches, weil vielleicht könnte er dann ja einen großen Gewinn einfahren. Aber wir wissen, dass in der Regel dort das Casino immer der Gewinner ist und dass man davon ausgehen kann, dass dieses Hab und Gut dann verloren ist. Entsprechend ist die Person jetzt verschuldet oder hat nichts mehr auf der Haben-Seite, seine Familie muss darunter leiden und so weiter. Für all diese Dinge gibt es in Gottes Wort übrigens Gebote, die uns quasi eine Richtung vorgeben, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, damit wir nicht in so ein Dilemma geraten. Weil der Mensch von sich aus hat nicht immer die Weitsicht und Übersicht, die Konsequenzen seines Handelns und seiner Entscheidung bis zum Ende auch wirklich vorauszusehen. Oftmals handeln wir impulsiv und unüberlegt, ohne die Konsequenzen zu bedenken und leiden später an den Folgen. Das ist, wovor Gott uns bewahren möchte. Ähnlich vielleicht wie Eltern, die ihre kleinen Kinder davor bewahren, dass ihnen Schaden passiert. Weil Kinder sind erstmal neugierig und Kinder können noch nicht abschätzen, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Kinder würden vielleicht in einen brennenden Uf, einen brennenden Herd anfassen, weil der gerade so schön warm leuchtet oder die würden vielleicht einen Kamin anfassen oder ähnliches oder Kinder würden einfach auf die Straße laufen, ohne zu gucken, ob dort Autos kommen und so weiter. Darum brauchen Kinder ihre Eltern, die ihre kleinen Kinder davor bewahren, solche, ja, später vielleicht sogar fatalen Entscheidungen zu treffen. Und genau das ist, was Gott mit uns macht, auch wenn wir glauben, wir wissen schon alles und wir sind erwachsen und wir brauchen das alles nicht. Wenn der Mensch so weise wäre, hätten wir die Probleme, die wir in der Welt hier sehen, die hätten sie dann nicht. So, das bedeutet, der Mensch sucht seine Wege aus und wenn sie mit Gottes Wegen nicht konform gehen, wird das oftmals zu sehr schwerwiegenden Konsequenzen führen. Sowohl im Leben hier, gesundheitlicher Natur, wirtschaftlicher Natur, dass Menschen sich da ruinieren, als auch natürlich in dem Leben danach beziehungsweise in dem Gericht, was kommt, wenn alle Seelen vor den Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Im Buch Jesaja lesen wir auch, dass davor gewarnt wird, dass wir die Wege verdrehen. Dort lesen wir im Jesaja 5, Kapitel, äh, Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes Bitter nennen. Das ist leider ein Symptom, was wir gerade in der heutigen Gesellschaft hier weltweit sehen können. Vieles wird verdreht. Das, was eigentlich als gut gilt, wird oftmals als schlecht dargestellt. Zum Beispiel, ähm, gesunde und stabile Familienstrukturen sind in der Gesellschaft, auch hier in Deutschland, sehr, sehr niedrig angesehen, sehr, sehr schlecht angesehen. Eine Mutter, die zum Beispiel sich entscheidet, viele Kinder zu bekommen und die auch vielleicht selber erziehen möchte, die nicht sofort ihre Kinder, ähm, in eine Betreuungssituation geben möchte oder dem Staat übergeben möchte, sondern die sagt, ich will selber meine Kinder aufwachsen sehen und ich will auch versuchen, meinen Kindern, ähm, Dinge zu vermitteln, die ihnen später im Leben weiterhelfen. So jemand ist gesellschaftlich nicht unbedingt sehr hoch angesehen. Anders sieht es vielleicht aus mit, mit Menschen, die, ähm, sagen, nee, ich bin so, ich gehe, ich gehe arbeiten, ich arbeite Vollzeit, ich habe den und den Job. Wir sollen ja arbeiten, gerade die Männer, aber wenn wir denn Kinder haben, für diejenigen unter uns, die Kinder haben, dann haben wir auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber. Wir müssen noch Zeit finden für unsere Kinder. Wir müssen unsere Kinder versuchen, Werte mitzugeben und Fähigkeiten mitzugeben, die ihnen später helfen werden, im Leben erfolgreich zu sein, um dort auch, ähm, ja, funktionierende Mitglieder der Gesellschaft werden zu können. und natürlich sollen wir unseren Kindern auch die Ratschlüsse mitgeben, die Gottes Wort uns, die Gottes Wort uns dort gegeben hat. So, wie ich schon mal erwähnt habe, der Mensch kann seine Wege frei auswählen, aber diejenigen, die sich gegen Gottes Wege entscheiden, sie können das tun, sie werden hier im Leben die Konsequenzen dafür tragen müssen, wie ich in den Beispielen aufgeführt habe, und letztendlich ein jeglicher von uns wird sich vor den Richterstuhl Jeschuhas verantworten müssen. Das lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Maschiach offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Gott denkt anders als wir Menschen. Wir sehen vielleicht, hier ist ein Unrecht geschehen, mir ist ein Unrecht geschehen oder jemand anders ist ein Unrecht geschehen, jetzt muss sofort die Strafe her. Und sehr wohl soll das auch passieren, also wir haben ja hier ein Justizsystem, wir haben eine Polizei hier in diesem Land und in vielen anderen Ländern haben wir das auch und die ist unter anderem dafür da, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wenn Menschen dort Verbrechen begehen, dann werden sie hoffentlich verhaftet und auch hoffentlich zeitnah vor ein Gericht gestellt und auch hoffentlich entsprechend, wenn sie denn als schuldig befunden werden, gemäß ihrer Taten auch entsprechend verurteilt. Aber nicht selten passiert es auch, dass Menschen vielleicht Verbrechen begehen und aus diversen Gründen vielleicht jetzt keine hier weltliche gerichtliche Strafe empfangen. Es passiert ja oft genug, dass Menschen, wo man denkt, die müssen doch eigentlich härter bestraft werden, vielleicht entweder gar nicht angeklagt werden oder davon gekommen sind oder mit sehr, sehr milden Strafen nur dort belegt werden. Und natürlich, bei manch einem Menschen wird dort das Gerechtigkeitsempfinden wach und er sagt, wie kann sowas sein? Warum lässt Gott, würde Gott sowas zulassen, dass so jemand jetzt wieder auf freiem Fuß ist? Wir dürfen nicht vergessen, Gott hat mehr Geduld als wir. Wenn Gott so ungeduldig wäre wie wir, würde kein Mensch mehr leben wahrscheinlich. Was haben wir alles gesündigt? Was haben wir alles getan? Wo haben wir nicht Menschen vielleicht sogar Schaden in irgendeiner Form zugefügt? Zumindest haben wir gesündigt gegen Gottes Gebote tagtäglich wahrscheinlich in unserem Leben, über Jahrzehnte hinweg. Und Gott hat uns nicht aus dem Leben gelöscht oder hat uns nicht sofort in irgendeiner Form dort unter Strafe gestellt. Er war geduldig mit uns. Er gibt jedem Menschen, der noch lebt, die Chance, Buße zu tun und zu ihm zu finden. Und selbst jemanden, der vielleicht gerade eine Missetat begangen hat, es kann sein, dass seine Strafe sich nicht sofort dort offenbar macht, aber der Tag wird kommen, wo ein jeglicher sich vor dem Richterstuhl Gottes wird verantworten müssen. Also keiner wird seiner gerechten Strafe oder Belohnung oder Erlösung, je nachdem, welchen Wege er eingeschlagen hat, entgehen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Darum, Gott ist geduldig, Gott ist gnädig, er lässt Dinge zu, damit er nicht jeden Menschen hier sofort in irgendeiner Form quasi auslöschen muss. Und wir Menschen haben diese Geduld nicht und wir müssen aber einfach verstehen, Gott sieht gewisse Dinge anders und er plant anders, als wir Menschen das tun. Gerechtigkeit wird es definitiv geben für einen jeglichen, aber zu seiner gegebenen Zeit. Um nochmal auf das Konzept des freien Willens einzugehen, wollen wir uns hier nochmal das fünfte Buch Mose Kapitel 30 Vers 16 bis 17 anschauen. Was ich dir heute gebiete, ist, dass du den Herrn, deinen Gott liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzung und seine Rechtsbestimmung hältst, damit du lebst und dich mehrst und der Herr, dein Gott wird dich segnen in dem Land, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn sich aber dein Herz abwendet und du nicht gehorcht, sondern dich verführen lässt, anderen Göttern, andere Götter anzubeten und ihnen zu dienen, so verkündige ich heute, dass ihr gewiss umkommen und nicht lange leben werdet in dem Land, das du über den Jordan ziehst, damit du dort hinkommst, um es in Besitz zu nehmen. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, in dem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihn anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Also das ist jetzt hier ein Szenario kurz vor dem Einzug ins gelobte Land, der Kinder Israels, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind und Gott hat gesagt, wähle aus, wähle den Segen oder wähle den Fluch. Gehorche meiner Stimme, halte meine Gebote, dann wirst du lange leben in dem Land, was ich deinen Vätern zugeschworen habe oder tu es auch nicht, denn werden die Fluchandrohungen über dich kommen. Und dieses Konzept gilt auch heute noch für einen jeglichen von uns. Wir haben die freie Wahl, wir können uns für das Gute entscheiden, wir können uns für das Schlechte entscheiden. Die Konsequenzen wird ein jeglicher tragen müssen, am Tag des Gerichts und dieses Gericht wird die Schuhe, wird es halten. Das Gericht liegt nicht in der Hände des Menschen und wir müssen nur schauen, wie wir uns dort positionieren und welchen Wegen wir individuell, jeder für sich persönlich nachfolgen wollen. Alles Weitere wird sowieso dann seinen Lauf nehmen. Wir sehen, dass die Wahl leider in der Mehrheit der Menschen, die leben, sei es heute, sei es wahrscheinlich auch zu damaligen Zeiten, eben nicht die Wahl gewesen ist, Gott und seinen Geboten nachzufolgen, sondern die Menschen haben sich ihre eigenen Wege gesucht. Wir schauen uns dazu mal das fünfte Buch Mose an, Kapitel 4, Vers 19 bis 20. Dass du deine Augen auch nicht zum Himmel hebst und die Sonne und den Mond und die Sterne und das ganze Herr des Himmels anschaust und dich verführen lässt, sie anzubeten und ihnen zu dienen, die doch der Herr, dein Gott, allen Völkern unter dem Himmel zugeteilt hat. Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein sollt, wie es heute der Fall ist. Hier warnt Gott, die Kinder Israels davor, die Sonne, die Sterne und den Himmel anzubeten und den Mond, wie es die Heidenvölker tun. Wir lesen hier sogar, dass der Herr diese Dinge allen Völkern unter dem Himmel zugeteilt hat. Also Gott hat es den Völkern zugeteilt, dass sie diesen falschen Götzendienst begehen. Nicht, weil er boshaftig ist und sagt, die Heiden, die sollen ins Verderben rennen, sondern weil die Völker es sich ausgesucht haben und es erwählt haben, diese Dinge dort anzubeten. Das lesen wir zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 29, Vers 15 bis 17. Denn ihr wisst ja, wie wir im Land Ägypten gewohnt haben und wie wir mitten durch die Heidenvölker gezogen sind, durch deren Gebiet ihr gezogen seid, und ihr habt ihre Gräuel gesehen und ihre Götzen aus Holz und Stein, Silber und Gold, die bei ihnen sind. Darum hütet euch, dass nicht etwa ein Mann oder eine Frau, eine Sippe oder ein Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserem Gott, abwendet, und der hingeht, den Göttern jener Nationen zu dienen, dass nicht etwa eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trägt. Also die Heiden, also die Nationen, die Heiden Nationen und das sind letztendlich alle Nationen und alle Menschen, die nicht dem Bundesvolk Gottes angehören. Nochmal, das Volk Gottes ist Israel und der neue Bund ist geschlossen mit dem Haus Judah und dem Haus Israel zu lesen, unter anderem im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 8. Und ein jeglicher Mensch, egal woher er kommt, egal aus welcher Nation er stammt, er muss nicht ursprünglich aus den zwölf Stämmen stammen. Ein jeglicher Mensch kann, Kraft des Blutes Jeschua Maschiach, an dem Bündnisvolk Gottes, dem Volk Israel, teilhaftig werden. Diese Wahl steht an jeglichen offen. Jemand, der das nicht tut, gehört per Definition den Heiden Nationen an und wir haben ja schon gelesen, dass die Heiden Nationen sich unter anderem dadurch auszeichnen, dass sie falsche Götter anbeten, dass sie dem Götzendienst frönen und dass sie Gottes Wege nicht nachfolgen wollen, dass sie seine Gebote nicht halten wollen. Das heißt, es ist relativ leicht für einen jeglichen Mann zu überprüfen, wo er dort steht. Ist er schon Teil des Bundesvolkes? Ist er neu geboren in die Schuhe? Ist er Teil Israels? Ist er eingepropft worden? Römer Kapitel 11? Oder gehört er noch zu den Nationen und ist noch in diesen Götzendienst und in diesen anderen Wegen dort entsprechend verstrickt? Und diese Götzen, es ist nicht nur so, dass diese Götzen nur das Schnitzwerk von Menschenhand sind und Menschen sich dort vor Figuren niederwerfen oder sowas. Hinter diesen Götzen stecken geistige Mächte, spirituelle Entitäten, die dort Autorität über diejenigen ausüben dürfen, welche sich erwählt haben, diesen Wegen nachzufolgen. Dazu wollen wir uns mal das Buch Daniel anschauen, Kapitel 10, Vers 12 bis 13. Hier sollte ein Engel zu Daniel geschickt werden, um ihn dort zu stärken und dieser Engel wurde aufgehalten. Und das ist ein Bericht. Da sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Also das ist ein sehr interessanter Vers hier. Da wurde ein Engel anscheinend aufgehalten von einer Entität, die über Persien gesetzt war und diese Entität hat einem Engel dort 21 Tage widerstehen können und der Fürst Michael, der Erzengel Michael, musste dazu eilen, um dort dafür zu sorgen, dass dieser Bote, dieser Engel, der eigentlich auf dem Weg zu Daniel war, seinen Weg fortsetzen konnte. Wir sehen hier also, dass über die Nationen dort spirituelle Mächte eingesetzt sind, die über diese Mächte eine Autorität ausüben und sie spirituell in eine gewisse Richtung lenken, weil die Menschen jetzt sich ausgesucht haben, denen nachzufolgen, wohlgemerkt. Und das wird auch im Neuen Testament bestätigt, dass diese spirituellen Mächte sehr wohl wirken. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also es ist nicht so, dass es hier irgendwo einen neutralen Boden gäbe. Im Sinne von, ja, ich glaube nicht an Gott, ich folge Gott nicht nach, aber ich bin neutral. Ich glaube weder an Gott, noch glaube ich an den Satan, noch glaube ich an irgendwelche anderen Dinge. Ich bin unreligiös. Ich bin Atheist, wie auch immer. Man mag sich das vielleicht einreden, aber egal wie man es nennen möchte, Atheismus, Spiritualismus, Okkultismus, Satanismus, was auch immer, all diese Dinge stehen unter der spirituellen Herrschaft von höheren Mächten, die diese Konzepte nur nutzen, um verschiedene Bevölkerungsschichten und verschiedene Persönlichkeiten der Menschen einzufangen. Ein jeglicher kann sich dort irgendwo wiederfinden. Der eine ist vielleicht spiritueller als der andere. Manch einer fühlt sich vielleicht gewissen Religionen oder gewissen Glaubensrichtungen zugeneigt, die nicht mit Gott zwar konform gehen, aber die eine gewisse Art von Spiritualität trotzdem bieten, weil der Mensch ist generell ein spirituelles Wesen. Andere sagen sich vielleicht, ich möchte mit diesem ganzen geistigen, spirituellen Ding nichts wissen. Ich bin halt ein Atheist. Ich glaube an nichts Höheres. Ich bin Naturalist. Ich glaube an die natürliche Weltordnung, an die Naturgesetze und so weiter. Was interessant ist, weil selbst anhand der Naturgesetze ist zwingend davon auszugehen, dass es einen Gott geben muss. Ich gehe auf diese Thematik ein in einer Videoserie, Beweise für Gott. Wer möchte, kann sich das gerne mal anschauen. Darüber hinaus ist auch der Atheismus eine Art von Religion, weil auch dort gibt es ich sag mal sowas wie Kirchen, das nennt sich dann halt Universitäten. Es gibt dort Prediger und Pastoren, das sind dann die entsprechenden wissenschaftlichen Mitarbeiter, weil nicht alles, was dort verkündet wird, hält den wissenschaftlichen Standards stand. Vieles dort ist rein spekulativ und vieles dort ist sogar anti-wissenschaftlich, weil die wissenschaftlichen Voraussetzungen, Grundlagen für einige dieser Thesen gar nicht mehr gehalten werden können. Auch darauf gehe ich in einem Video ein und wer mag, kann sich diese Videoserie gerne mal anschauen. So, also wir haben jetzt etabliert, wir müssen eine Wahl treffen, es gibt keinen neutralen Boden. Wir sind entweder für Gott und wir folgen seinen Wegen nach oder wir sind gegen ihn und suchen uns einen dieser vielen Wege aus, die dort der Feind bereitgestellt hat, wo man sich dort irgendwo einreihen kann. Das Endergebnis ist das gleiche, aber der Weg dorthin ist jeweils unterschiedlich. Das heißt, viele Menschen erwählen es, Gottes Wegen nicht nachfolgen zu wollen aus verschiedensten Gründen und das ist auch der Grund, warum so viel Leid in dieser Welt ist oder einer der Hauptgründe. Weil wenn Menschen sich nicht an Gottes Gebote gebunden fühlen, dann fühlen sie sich auch nicht daran gebunden, nicht zu stehlen, nicht zu töten oder zu morden, nicht Ehe zu brechen und so weiter. Für Menschen ist das mittlerweile völlig normal geworden. Ein Ehebruch oder seine Frau zu betrügen oder seinen Ehemann zu betrügen ist mittlerweile keine große Sache mehr. Scheidungsraten sind hoch und wenn das passiert, wird das manchmal teilweise mit dem Schulterzucken entgegengenommen. Wenn man sowas hört, ist man nicht etwa mehr geschockt oder schockiert. Man denkt, das ist der normale Lauf der Dinge hier, das ist der normale Weltlauf. Sowas passiert halt. Das sind jetzt nur ein paar milde Beispiele. Es gibt noch ganz andere Sachen, die halt so passieren und die mittlerweile als normal gelten. Aber darauf will ich jetzt heute nicht im Detail alles eingehen. Ein jeglicher kann sich da vielleicht auch seine eigenen Ansichten zu machen. Das heißt, jeder hat einen freien Willen. Wir fassen jetzt nochmal kurz zusammen. Jeder Mensch hat einen freien Willen. Man kann sich für Gott oder gegen Gott entscheiden. Es gibt keinen neutralen Mittelgrund oder sowas in der Art. Es gibt nur das eine oder das andere. Und Gott lässt es zu, dass Menschen, die es erwählen, seinen Wegen nicht nachzufolgen, dass diese Menschen ihre eigenen Wege gehen. Aber auch diese Menschen gehen nicht ihre eigenen Wege, sondern sie sind unter einer spirituellen Autorität, die nicht von Gott ist, die gegen Gott arbeitet. Und auch sie folgen gewissen Dingen nach und auch sie halten sich an gewisse Gebote. Und viele merken es vielleicht gar nicht, aber das ist wie der Lauf der Dinge ist. Der freie Wille ist da, ein jeglicher kann sich für oder gegen entscheiden und Gott lässt es zu, damit der freie Wille nicht außer Kraft gesetzt wird. Und das ist auch der Grund, warum so viel Leid auf dieser Welt stattfindet, weil dort Menschen in Machtpositionen gesetzt sind und Entscheidungen treffen, fernab von Gottes Ratschlüssen mit teilweise horrenden und unfassbaren Konsequenzen, die daraus entstehen, wo ganze Völker dadurch zugrunde gehen, Kriege, Krankheiten, die ausbrechen, Epidemien, die entstehen, Wirtschaftszusammenbrüche, noch und nöcher sehen wir diese Sachen, gerade auch in der heutigen Zeit, was daran liegt, dass dort Menschen in Positionen sitzen, die sich nicht an Gottes geboten halten, getragen in der Regel von einer breiten Masse der Bevölkerung, die sich diese Leiderschaft auch entsprechend ausgesucht hat. Also es ist nicht so, dass die Menschen alle unschuldig sind an den Verhältnissen, die in ihren jeweiligen Ländern und Nationen herrschen. Aber auch das ist jetzt nicht das Hauptthema dieses Videos hier. Und das ist der Grund, warum dieser Zustand so verheerend ist, wie er ist. Jetzt könnte man sich vielleicht noch die Frage stellen, gut, so schlimm wie es ist, aber wie kann es sein, dass jemand, der offensichtlicherweise gottlos lebt, es ihm trotzdem so gut zu gehen scheint? Es gibt Menschen, die leben sehr gottlos, die halten sich an keinerlei moralischer oder anderartig gearteter Verpflichtungen und es scheint ihnen aber sehr gut zu gehen. Sie sind gesund, sie haben gesunde Kinder, sie sind reich, manche sind vielleicht sogar berühmt. Und wie kann das sein? Auch darauf gibt uns die Bibel antworten. Wir schauen uns dazu mal den Psalm 73 an, ab Vers 12. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Ganz umsonst habe ich mein Herz reinerhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen, denn ich bin noch jeden Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. So sah ich dann nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du her, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Also hier sehen wir schon, ja, es mag den Menschen jetzt im Hier und Jetzt vielleicht gerade gut gehen, obwohl er gerade vielleicht in, keine Ahnung, sehr viel Leid anderen Menschen zufügt oder reich geworden ist aufgrund dem Leid von anderen oder wie auch immer. Aber wir dürfen nicht nur das Hier und Jetzt beurteilen. Wir müssen auf das Ende schauen, was kommen wird. Wir haben zuvor bereits gelesen, dass ein jeglicher Wirt vor dem Richterstuhlmarschierer stehen müssen. Darüber hinaus ist es nicht unerhört, dass auch in Hier und Jetzt Menschen, die auf einer sehr, sehr hohen Position standen, von heute auf morgen all das verlieren. Es gibt Menschen, die sehr, sehr prominent waren oder sehr, sehr reich oder sehr, sehr mächtig waren, bis hin zu Leuten, die Staaten gelenkt haben, die noch in ihrer Lebenszeit ins Gefängnis gekommen sind. Also auch das ist nicht ausgeschlossen. Es ist nicht gesagt, dass nicht auch hier im irdischen hier und jetzt schon eine Strafe oder Konsequenz sich nicht sehr wohl ergeben könnte. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, abgerechnet wird zum Schluss am Tag des Gerichts vor dem Richterstuhl des Mashiachs. Und da ein jeglicher von uns sündhaft ist und wir uns jetzt nicht dahin stellen dürfen, sollten oder nicht dahin stellen sollten und zu sagen, das ist aber ein böser Mensch, weil dies und jenes getan, aber ich bin ja so gut. Das ist eine fatale Sichtweise. Wir alle sind Sünder, wir alle sind schuldig vor Gott und ein jeglicher Mensch braucht die Gnade in die Schuhe Mashiach. Und ein jeglicher Mensch, der noch atmet, hat die Möglichkeit, diese Gnadengabe anzunehmen und neu geboren zu werden und sein Leben grundlegend zu ändern. Und Gott möchte auch, dass Menschen diese Wahl ergreifen. Aber er zwingt niemanden dazu. Vielleicht nochmal Psalm 119, Vers 155. Das Heil ist fern von den Gottlosen, denn sie fragen nicht nach deinen Anweisungen. Oder Buch der Sprüche, Kapitel 5, Vers 22 bis 23. Denn den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Er stirbt an Zuchtlosigkeit und infolge seiner großen Torheit taumelt er dahin. Also oftmals wird dem Mensch seine eigene Zügellosigkeit zum Verhängnis. Wie oft hat man schon gehört, dass jemand hat mit Drogen angefangen und hat eine Überdosis bekommen oder jemand war sehr, hat mit sehr vielen Frauen dort Unzucht getrieben und irgendwann hat es dazu geführt, dass er an schwerwiegenden Erkrankungen dort erkrankt ist und gestorben ist und so weiter. Solche Geschichten können wir tagtäglich hören und die Konsequenzen werden kommen, wenn nicht in diesem Leben, dann am Tag des Gerichtes. Und vielleicht auch nochmal, dass das Arbeiten und Wüten der gottlosen Menschen gegen die, die von ihnen gepeinigt oder unterdrückt werden, Gott weiß um diese Dinge, aber er sagt, seid getrost, ich sehe euer Leid, aber Gerechtigkeit wird ultimativ passieren, aber Geduld muss von unserer Seite vorhanden sein. Im Psalm 37, ab Vers 12 lesen wir, der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen, aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, um den Elenden und Armen zu fällen und sie umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Das Wenige, was ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottlose. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber die Gerechten stützt der Herr. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenden und der Erbe wird ewiglich bestehen. Sie sollen nicht zu Schanden werden, zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Aber die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen, im Rauch vergehen sie. Auch hier nochmal, also das Wenige, was ein Gerechter hat oder jemand hat, der aufrichtig wandelt oder versucht, es das zu tun, ist besser als der Überfluss der Reichen. Ich habe mir auch gedacht, mitunter kein großer Reichtum und weltlicher Erfolg auch schon eine Art des Gerichtgottes sein. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich versuche es zu erläutern. Jemand, der in Not ist und denen es schlecht geht, wird er dazu verleitet sein, nach Gott zu fragen oder nach Hilfe zu schreien, als jemand, der vermeintlich alles hat. Wenn ich mir jemanden vorstelle, sagen mal, er hat einen großen Geldbetrag, der ihm gehört, reden jetzt vielleicht über zweistellige Millionenbeträge und mehr. Er ist vielleicht sogar erfolgreich, er ist vielleicht auch jemand, der vielleicht sogar gut aussieht, sehr erfolgreich ist in dem, was er tut, der vielleicht irgendwo eine Yacht hat, die auf ihn wartet, mehrere Anwesen, um die Welt geht oder einen sehr verantwortungsvollen Job hat und so weiter. Und zu so jemanden geht man jetzt hin und sagt, du, ein guter Mann oder gute Frau, es gibt einen Gott. Hast du schon eine Beziehung zu diesem Gott? Hast du schon eine Lösung gefunden? Die Chance ist groß, dass so jemand sagt, du lass mich mit diesen ganzen Sachen Ruhe, ich brauche keinen Gott, ich will davon auch nichts wissen, denn ich habe auch gerade sehr viel zu tun, ich habe auch keine Zeit, mir deine komischen Geschichten anzuhören. Ich muss los, schönen Tag noch. Das heißt, die Chance, so jemanden zu erreichen, für Gott, ist sehr, sehr viel schwieriger, glaube ich, als jemand, der vielleicht nicht auf so guten Bedingungen dort gebettet ist. Darum kann es sein, dass Gott Menschen dort im Hier und Jetzt diesen Reichtum gibt und sagt, hier, genieß dein Reichtum für die Zeit, die du noch hast, das Gericht wartet schon auf dich. Nur ein Gedankenanstoß, sowas kann manchmal schon ein Ausblick auf ein Gericht sein. Gott möchte nicht, dass der Gottlose umkommt. Gott hofft und wünscht sich, was heißt hofft, aber Gott möchte zumindest, dass der Gottlose zur Buße findet. Das lesen wir im Buch Hezekiel, Kapitel 18, Vers 21 bis 23. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben. Er soll nicht sterben, denn alle seine Übertretungen, die er begangen hat, sollen nicht mehr gedacht werden. Er soll leben, um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Das ist eigentlich schon fast ein sehr guter Schlusssatz auch, um nochmal diese Frage wirklich zusammenfassend zu beantworten. Warum ist all das Leid in der Welt? A. Gott hat den Menschen Herrschaft über diese Welt gegeben. B. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Man kann sich für Gott entscheiden oder gegen Gott. Natürlich, wenn man sich gegen Gott entscheidet, hat das Konsequenzen, eben hier und jetzt. Es kann persönliche Konsequenzen haben. Ich habe das Beispiel mit dem Drogenabhängigen genannt. Es kann aber auch Konsequenzen haben für Menschen in dem Umfeld. Und je nachdem, wie hoch die Macht und Einflussposition einer entsprechenden Person ist, umso größer die Konsequenzen für, oder umso größer sind die Menschen, die davon Konsequenzen zu tragen haben. Wenn wir zum Beispiel, wenn zum Beispiel Staatsdiener irgendwo sind, die gänzlich gegen Gott opponieren in ihren Wegen und in ihren Werken, dann kann es sein, dass ganze Völker daran zugrunde gehen oder zumindest schweren Schaden tragen. Ein Beispiel wäre Nazi-Deutschland oder Adolf Hitler. Es sind Millionen Juden dort gestorben und vergast worden, aber es sind auch Millionen Deutsche ums Leben gekommen im Krieg. Viele Frauen hatten keine Ehemänner mehr, weil die Männer alle tot waren. Es gab viele Frauen der Generationen nach dem Krieg, die nicht heiraten konnten, weil es keine Männer gab und so weiter. Das ganze Volk dort war komplett zerstört. Dazu kommt der ganze Schaden, der weltweit dort angerichtet wurde. Das heißt, wenn die Menschen, die in einem hohen Maße gottlos handeln, in sehr, sehr hohen Positionen sind, kann das zu sehr schwerwiegenden Konsequenzen führen. Aber, wie bereits erwähnt, der Großteil der deutschen Bevölkerung ist mit diesem Diktator Adolf Hitler konform gegangen und ist ihm letztendlich nachgefolgt. Er wurde ja auch ins Amt gewählt und so weiter. Also diese, auch diese Dinge hat Gott zugelassen, bis zu einem gewissen Grad natürlich, weil das Volk sich diese Wege auch gewählt hat. Wir haben darüber hinaus gelesen, dass über die Nationen, das spricht alle Nationen, die nicht zu Gottes Bundesvolk gehören, sind spirituelle Mächte eingesetzt, um dort Autorität über diese Mächte auszuüben und diese Nationen erwählen es, den Götzendienst auch zu betreiben und den falschen Göttern nachzufolgen, weil sie dem wahren Gott nicht nachfolgen wollen, aus diversen Gründen. Und wir haben gesehen, dass der Gottlose kann sehr wohl wirken und es ist ihm möglich, auch gegen Menschen, die, ich sag mal, aus menschlicher Sicht unschuldig sind, auch den Schaden zuzufügen. Auch das lässt Gott zu, was nicht heißt, dass es dafür keine Konsequenzen geben wird. Die wird es geben am Tag des Gerichts. Und ja, die Dinge, die hier passieren, sind schlimm, aber das ist nicht das Ende. Weder zum Guten noch zum Schlechten. Und vielleicht auch abschließend dazu lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 4 bis 5 folgendes. Dort spricht die Schuhe. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Das ist, worauf wir uns stützen sollten an dieser Aussage. Wir sollen Gott fürchten. Wir sollen nicht diejenigen fürchten, die uns am Leib Schaden zufügen können, so schlimm es in dem Moment sein mag. Aber das ist eine Sache hier im Hier und Jetzt. Das wirkliche Leben, das wahrhaftige Leben beginnt, oder auch der wahrhaftige Tod beginnt, nachdem wir unser weltliches Leben hier vollendet haben. Wenn wir es vollendet haben in der Nachfolge Gottes, wartet das ewige Leben auf uns. Nicht, weil wir so gerecht waren, sondern weil trotz unserer Sünden Gott uns geliebt hat und uns einen Weg der Erlösung bereitet hat, durch das kostbare Blut Jeschuas. Wenn wir uns gegen Gottes Wege entscheiden, wartet nach unserem weltlichen Ableben hier das Gericht des Maschias auf uns. Und diesmal gibt es aber keinen Weg der Erlösung daraus, wenn wir Jeschua hier zur Lebzeit nicht angenommen haben. Dann wartet eine endgültige Bestrafung auf uns und der ewige Tod. Gott hat diese Wahl gestellt. Die meisten Menschen entscheiden sich gegen Gott. Und das ist auch der Grund, warum hier so viel Leid auf der Erde herrscht. Und das ist auch der Grund, warum Gott hier nicht ergreift ein. Es gibt Situationen, wo Gott eingreift. Gewisse Dinge laufen nur bis zu einem gewissen Grad. Hitler hat zum Beispiel es nicht geschafft, die ganze Welt zu unterwerfen. Obwohl Nazi-Deutschland eigentlich technologisch und auch von der Kriegsstärke her durchaus überlegen war seinen Gegnern. Aber Hitler hat so irrationale Entscheidungen im Verlauf des Krieges teilweise getroffen, dass er dann doch zwangsweise verlieren musste. Viele fragen sich heute noch, warum manche Entscheidungen von Hitler so getroffen wurden, wie es der Fall war. Was auch immer der Grund gewesen sein sollte, es führte dazu, dass die Schreckensherrschaft Hitlers für eine begrenzte Zeit nur hier walten konnte. Und wir vergessen nicht, dass auch aufgrund dieser Grollen, die dort verübt worden sind, die Initiative gestartet wurde, dass Israel zurück in sein biblisches Kernland kommt. Also wie der Feind hier auch wütet, am Ende nutzt Gott alles, um seinen ultimativen Plan zur Erfüllung zu bringen. Und das gilt auch für das individuelle Leben eines jeglichen Einzelnen hier von uns. Sei es, dass uns schlechte Dinge passieren im Leben, am Ende gediehen sie dazu, uns zum Heil zu geleiten. Sonst würde Gott es nicht zulassen. Und es kann sein, dass wir es nicht immer verstehen, warum gewisse Dinge passieren, wie es der Fall ist. Aber wenn wir treu sind, wenn wir Vertrauen haben und in der Nachfolge bleiben, werden wir ultimativ in Gottes Heil dort auch gelangen können. Und die Schuhe sagt uns hier, wir sollen nicht die fürchten, die den Leib töten, weil das ist nicht alles. Für viele Menschen ist es alles. Gerade wenn sie nicht an Gott glauben, denken sie, naja, alles, was wir haben, ist ja das Leben hier. Und wie kann es sein, dass da Unschuldige und Kinder und so weiter zu Schaden kommen? So schlimm es ist und Gott hasst, dass dieses passiert, aber er lässt es zu, damit der Freiwillige des Menschen dort bis zu einem gewissen Grad, wohlgemerkt, auch sich entfalten kann, damit ein jeglicher auch gerecht von Gott verurteilt werden kann am Tag des Gerichts. Und dann wird abgerechnet. Ich hoffe, dass wir, dass ich diese Frage hier, die ich eingangs gestellt habe, in gewisser Weise dort beantworten konnte. Ich hoffe, es hilft Menschen dort zu verstehen, warum so viel Leid in der Welt passiert und dass es nicht daran liegt, dass Gott uns hasst und auch nicht daran liegt, dass es keinen Gott gibt, sondern Gottes Plan ist größer und weitsichtiger als das, was ein Mensch sich jeweils vorstellen könnte. Und wir sehen oftmals nur die individuelle Situation und bedenken nicht das große Ganze, was noch dahinter steht. Ja, das soll es gewesen sein für heute und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und Schalom, bis zum nächsten Mal.